Der Tisch ist groß. Der Tisch ist braun. Der Tisch ist klein. Der Mann ist groß. Der Mann ist klein. Der Mann ist alt. Die Tür ist blau. Die Stadt ist sehr groß und sehr schön. Die Frau ist klein und der Mann ist groß. Die Frau ist sehr jung und der Mann ist sehr alt. Die Frau ist jung und der Mann ist auch jung. Das Haus ist groß und alt. Das Haus ist neu. Das Haus ist neu. Das Buch ist neu. Das Buch ist teuer. Das Auto ist rot. Das Auto ist sehr groß und rot. Das Telefon ist blau und rot. Das Telefon ist groß und sehr alt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr groß und sehr schön. Das Zimmer ist sehr groß und auch sehr teuer. Das ist ein Tisch. Das ist ein Kalender. Das ist ein Computer. Das ist ein großer Computer. Das ist ein roter Kugelschreiber und das ist ein blauer Kugelschreiber. Das ist ein teuer Stuhl und das ist auch ein teuer Stuhl. Das ist eine Frau. Das ist eine Straße. Das ist eine Tür. Das ist eine kleine Stadt. Das ist eine kleine Stadt. Das ist eine sehr schöne Stadt. Das ist eine sehr alte Jacke. Das ist ein Zimmer. Das ist eine kleine Stadt. Das ist ein Dorf. Das ist ein Telefon. Das ist ein schwarzes Telefon. Das ist ein schwarzes Buch. Das ist ein schwarzes Auto. Das ist ein sehr schönes Auto. Das ist ein sehr großes Haus. Das ist ein gutes, aber sehr teures Haus. Das ist ein billiges, aber sehr gutes Telefon. Das ist ein kleiner Mann. Das ist eine kleine Frau. Das ist ein kleines Haus. Das ist ein kleines Haus. Das ist einable Fans. Das ist ein kleines Atéます. Vielen Dank.